Digga, ne? Du sagst, es ist auch Spaß, das mit dem Schrubbern. Aber ich muss das abends wirklich machen, weil mein Zimmer von der Aufweite bei dem Heizungssystem mit einem ganz anderen Raum zusammenhängt, der gar nicht geheizt werden muss. Das heißt, der Assi geht quasi, wenn es kalt ist, in Kälte. Und da bin ich quasi gezwungen, bevor wieder die Moralaposte kommen, mir unter der Decke einzuschrubbern, damit mir warm wird, Digga. Das ist einfach der Real Shit, Alter, das ist der Assi-Lifestyle, Mann. Ah, alles klar, Assi läuft bei dir auf jeden Fall. Was geht, YouTube Schmidt ist wieder back am Start? Und ich darf euch begrüßen zu einem Kommentar auf dem VP-Clan-Channel. Ja, ihr habt richtig gehört, eine komplett neue Stimme auf dem VP-Clan-Channel. Ich bin Schmidi aka Finn, ich bin 16 Jahre alt und das sollte auch zu mir gewesen sein. Im Hintergrund heute seht ihr eine 96er Gunstreak auf der Map Comeback in AW von unserem Member VP-Vex, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, Digga, er spielt. Ihr seht das Ganze ab der DNA. Ja, und dann kommen wir auch schon zum heutigen Thema, was ich mir ausgesucht habe. Das Gameplay geht ja doch relativ lange, deswegen habe ich mir auch ein relativ langes Thema ausgesucht. Ferien. Ich habe jetzt Ferien, ich wohne in NRW, das heißt, bei uns fangen die Herbstferien gerade eben an. Ich bin so auf dem Sprung, ich bin jetzt auch kurzfristig für den Ramos eingesprungen und ich fliege morgen direkt in den Urlaub nach Irland zu meiner Schwester, die studiert da, die hat dann Geburtstag und dann dachte ich, ja, weißt du was, ich fliege da hin. Erstmal ist es mega, mega schwierig, einen Flug zu kriegen kurzfristig, der einigermaßen in der Preisklasse liegt, also wenn man jetzt nicht gerade 500, 600 Euro ausgeben will, ist das ganz schön schwierig. Und dann sind das so tolle Flüge wie, hm, Skandinavia Airlines, wir fliegen mal über Stockholm, ja, sieben Stunden oder über Oslo, ja, da hat man richtig Spaß dran, dann sucht man natürlich direkt mal weiter. Und man hat dann so tolle Flüge für 20 Euro, kein Gepäck irgendwie dabei, das ist auch dann super, das will man dann natürlich auch rufen. Schlussendlich habe ich dann einen Flug gefunden mit Aer Lingus und das einzige Problem, was dabei jetzt noch aufkommt, ist, dass ich um 5 Uhr morgens fliege und um 4 Uhr morgens wieder zurückfliege, was natürlich toll ist, weil meine Schwester natürlich in Sligo wohnt, ich weiß nicht, ob jemand weiß, wo das ist, aber das ist so ziemlich von der Hauptstadt, da bin ich 3 Stunden entfernt und man muss dann mit dem Bus hinfahren, weil Irland hat nicht wirklich viele Flughäfen. Da hat Finn sich schon gedacht, so, ja, boah, das ist schon mal richtig ätzend. Wenn es dann nicht hinzukommt, hat der Anbieter gedacht, hm, wir schicken Schmiddy einfach mal keine Karten zu. Das heißt, meine Flugkarten, also meine Bordpässe sind noch gar nicht da. Ja, jetzt muss ich darauf hoffen, dass ich die heute noch irgendwie kriege, damit das alles funktioniert morgen, damit ich überhaupt fliegen kann. Das ist ja, das ist ja, das ist ja, nee. Also, hoffen wir mal, dass ich die heute noch kriege und dann fliege ich zu meiner Schwester nach Irland. Das Wetter da soll natürlich wieder arschkalt werden, das heißt, ich musste mir auch noch eine neue Winterjacke holen, weil, wie es in Deutschland will, haben wir jetzt ja schon mal schöne 17 Grad und Sonne gehabt. Und Schmiddy dachte sich, ach, Winterjacke, das muss ich noch lange nicht besorgen. Ja, kurzfristig nach Irland geflogen, da haben wir tolle 5 Grad und Regen, ja, super toll. In Irland wird natürlich schön in die Pubs gegangen oder, ja, mit meiner Schwester essen gegangen. Sie wird mir ein bisschen diese Stadt zeigen und das wird schon ziemlich chillig. Da bin ich dann von Montag bis Samstag, am Samstag geht's dann zurück. Und, äh, ich werde den Sonntag so fertig sein, weil ich wahrscheinlich kaum geschlafen habe, obwohl ich immer ausschlafen kann. Meine Schwester geht ja nebenbei auch noch zur Universität. Das heißt, ich kann immer schön ausschlafen, bis sie nach Hause kommen, chill mich ein bisschen in das Städtchen, gucke dann, was ich da mache, weil sie, glaube ich, jeden Tag so bis 3 Uhr doch Uni hat. Also, es wird schon ganz chillig. Ich werde mir dann ein paar schöne Tage machen. Und wenn ihr auf meinem Channel vorbeischaut, werdet ihr wahrscheinlich auch ein paar Infos nachher bekommen. Ja, so, was habe ich sonst noch in den Ferien vor? Die Ferien gehen ja nicht nur 5 Tage, sondern die gehen ja auch 2 Wochen. Sonst in den Ferien wird gechillt, gezockt und gefeiert natürlich. Das darf nicht vergessen werden mit unserer Gruppe, unseren Kollegen, schön feiern gehen noch. Also, alles ganz gechillt. Ich meine, Ferien sind ja auch was ziemlich chilliges so an sich. Ich glaube, NRW sind die einzigen, die momentan Ferien haben, wenn ich mich richtig entsinne. Und ein bisschen belastend ist natürlich, dass wir nicht Ferien haben, wenn BU3 rauskommt, damit wir direkt suchten können. Ich glaube, Bayern hat dann Ferien. Da bin natürlich so ein bisschen rum. Wir bekommen ja nur die Battlefield. Ach, Battlefield Hardline wollte ich jetzt schon sagen. Ist ja gleicher Entwickler. Aber, naja, ich meine natürlich Star Wars Battlefront. Und das bekommen wir ja mit die Beta. Mal sehen, wie das wird. Ich hoffe, das wird ganz chillig, das Spiel. Die Beta werde ich mir natürlich downloaden, auch wenn ich sie erst einen Tag später zocken kann, weil ich im Urlaub bin. Aber das wird schon ganz chillig werden. Die Frage jetzt an euch ist, wann habt ihr Ferien, wo wohnt ihr? Und vor allen Dingen, was habt ihr so in den Ferien vor? Würde mich brennend interessieren, wie Moskau nach dem Zweiten Weltkrieg. Und, ja, ne, kleiner Freestyle. Naja, schreibt es in die Kommentare, falls ihr Bock da drauf habt. Würde mich, wie gesagt, brennend interessieren. Schaut auf jeden Fall beim Gameplay-Spieler VP-Vex vorbei. Der wird unten verlinkt sein. Wenn euch das Commentary und das Video gefallen hat, dann lasst dem Clan-Channel ein Like und ein Abo da. Und wenn euch der Kommentierstil gefallen hat, schaut doch auch mal bei meinem Channel vorbei. Haut da rein und schau. Sehr gut.